Ja, so lässt sich das aushalten am Sonntagmorgen. Erstmal eine Tasse Kaffee, draußen, gutes Wetter und wir sind wieder auf dem Schiedsstand in Eisebach, die Sehne ist wieder auf dem Bogen und dann kann es losgehen. Okay, Maria ist schon kräftig am Schießen. Dann werden wir morgen wieder unseren Kaffee trinken und dann hier ein paar Scheiben beschießen. Also wünsche euch auch einen schönen Sonntag. Wir einigen Spanien, so wie wir sie sehen haben, das noch ein Schauspiel ist. So ist das Schäufe mit dem Schrauben. Ich hab TypeTAGoodàcies. Sollte Kiel-Berfang. Sollte Kichel-Berfang. Sollte Kiel-Berfang. Sollte Kiel-Berfang. Sollte Kiel-Berfang. Kupfer Nicht schlecht Maria. Gutes Schussbild. Gutes Schussbild. Welchen Schusszellen. Das hat sich poundslasch lang. Es geht auch nicht nach oben am Telefon Wasser Kurt Das muss wahrscheinlich auch total schwer sein, der Buch. Das Ding schießt in meinen Kompont. Oh, da ist der Weg. Das Ding schießt. 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 Kaffee Steffa, steffa, steffa. Das hat sie nicht gut angehört. Zitzen. Kaffee Kaffee Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich brauche einen Bogen für die Halle, für die 20 Meter oder einen von draußen für die 40 Meter. Der hämmert mir die Pfeile in die Wand. die Wand. Die Wand. 10 Meter 10 Meter 10 Meter Jetzt denkst du, dass du 18 Meter siehst. Ne, vier, zwei Meter. Dann schießt er wieder gerade. So zeigst du, wie ich schieße. So zeigst du, wie ich schieße. Ach, es ist gut. So zeigst du, wie ich schieße. 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 Okay. So zeigst du. Das war's. Das war's. Das war's. 2 von 3 2 von 3 4 von 3 3 von 3 4 von 3 5 von 4 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.